So, was geht ab? Mein Name ist Hef, Hef Bunnyman. Sehr schön zu sehen. Frauen einfach diesen gestehlten Körper wollen und dann habe ich mich mit einem meiner Freunde zusammengesetzt und er meinte, ob ich es ihn schaffen würde, ein paar Frauen innerhalb von einer Stunde wegzuflexen. Und dann meinte ich so, eine Stunde. Ich brauche maximal eine halbe. So, okay. Dann müssen wir direkt mal hier reinklotzen. Und zwar da. Bapp, 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 bapp. Soziale Netzwerke. Tu es. Los, wir haben nicht so viel Zeit. Genau, so, du hast ein soziales... Ja, komm, wir spenden nochmal für den Zweck. Äh, 1000 Spenden an... Für die Bäume. Ja, danke. 1,2 Millionen Follower haben wir schon. Guck mal, zack, das sind die ersten Bitches. Äh, hier, lustig vorstellen. So, da. Und neuen Nachbarn begrüßen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Nachbarn hereinbitten. Den auch. Und bezaubern vorstellen. Und hereinbitten. Alle reinkommen. Komm schon. Äh... Reden, reden, reden. Das ist ganz wichtig. Wir sagen der Frau einfach, was wir alles tun können da. Hm, komm her, Baby. Aha. Oh, ich bin halt schon geil. Äh... Mehr Auswahl. Ich möchte ein bisschen romantisch sein. Geilen Anmachspruch. Ey, ihr müsst reinkommen. Nummern austauschen. Da. Tu es. Nummern austauschen. Und... Um hohen Kredit bitten. Nein. Aber den Tag verschönern. Ah, die ist auch drin. Okay, sehr gut. Und... Der erzählen wir jetzt noch eine unglaubliche Geschichte. Das ist immer wichtig, ja. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Nein, der Wetterkulturkanal müssen wir jetzt nicht gucken. Sport machen müssen wir jetzt auch nicht. Aber hier, fragen, ob sie singeln ist. Alexa ist Single. Du guckst Fernsehen? Ich setz mich daneben. Äh... Mehr Auswahl. Ein bisschen Romantik. Komm, wir machen jetzt einen mutigen Anmachspruch. Oh, ja. Komm, wir hängen ein bisschen ab. Ja. Akad spielen mit. Jawohl. Okay. Komm, zucken. Das ist einfach ein geiles Spiel. Wisst mir nicht. Hm. Wir müssen die auf jeden Fall irgendwie rumkriegen. Wir stehen, sich angezogen zu fühlen. Oh, oh, oh. Das war zu viel. Aber da scherzt du jetzt einfach mal selbst ironisch drüber. Jawohl, das war schon mal gut. Äh, bleib hier. Äh, nee, das war alles gut. Und jetzt bin ich einfach mal freundlich und erzähl noch eine fesselnde Geschichte. Ich hab da auch einiges drauf, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Da haben wir schon einiges in der Vergangenheit gemacht. Ist ja okay. So, dann wächst du dir die Hände. Auch okay. Und dann... Ja, okay. Shit. Dann bis morgen. Da ist er! Da ist auf die! Okay. Hm. Wir... machen was. Ja, wir sind romantisch nochmal. Und... Flirten ein bisschen. Hey, ich bin Alexa. Wie war's mit deiner kleinen Verabredung? Äh, nee, danke. Kann grad nicht. Okay. Romantik. Jetzt wird hier abgeflirtet. Komm. Und nochmal flirten danach. Und dann eine lustige Geschichte erzählen. Und einfach mal freundlich sein. Moment, wo geht sie hin? Bitten abzuhängen. Schnell! Okay. Moment. Mehr Auswahl. Aktion. Ich hätte gern einladen zu... Ja. Boah, wir verreisen, Junge. Restaurant. Um Tisch bitten. Ja, wir flirten ein bisschen. Das hat schon mal gut funktioniert. Jawohl. Jetzt geht's hier richtig weiter. Junge. Wir sind nochmal... Nochmal freundlich. Und... Bewunderung ausdrücken. Jawohl, Alter. Nochmal Romantik. Ein bisschen flirten. Und... Direkt danach nochmal... Flirten, Jungs. Und jetzt einen Kuss zuhauchen. Hau her. Äh, noch nicht. So. Das läuft hier. Das... Läuft hier richtig. Okay. Aktion. Einladen zu... Da. Genau. Und zwar gehen wir jetzt nach Hause. Wir raspeln erst ein bisschen Süßholz. Wir rufen an. Sollen wir uns engagieren? Für eine Pizza. Salami. Und... Dann gehen wir kurz auf Toilette. Und... Dann... Ein Stück zusammen nehmen. Oh Mann, 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 oh Mann. Okay, wir versuchen es mal. Mit gnadenlos kitzeln jetzt gleich nach dem Essen. Komm schon. Jawohl. Queer der Bubu, das hat funktioniert. Jetzt posieren wir mal auf. Was ist hier los? Ne, jetzt nicht. Du bist... Du bist auf jeden Fall noch dran. Komm, erst ein Kuss erleben. Ja! Okay, ich hab noch 10 Minuten. 8 Minuten irgendwie. Okay. Schmutzigen Witz erklären. Oh, schmutziger Witz war nicht so gut. Okay. Mutlich Gemetzel ansehen. Moment, okay. Anna, dann geht er auf Toilette. Jawohl. Das ist gut. Sollte es da einfach machbar sein? Während der Film läuft. Erotischer Austausch. Während des Films kuscheln. Einladen, über Nacht zu bleiben. Wir sagen doch heute, das klingt toll. Alles klar. Okay. Wange streicheln. Wange streicheln. Ja, 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 Baby. Jetzt will ich hier bumsen. Ja? Wir gehen bumsen. Oh, ja. Ja, schon. Ja, schon. Jawohl, Alter. Da wird direkt gefickt. Direkt gefickt. Ah, Q-Bar, Alter. Haha, und ich schlaf jetzt einfach. Alles klar. Moment. Ähm. Mehr Auswahl. Ne, man kann doch hier auch. Geh doch einfach mit auf die Seite. Genau. Oh, Moment. Ähm. Okay, Jungs. Zweite Runde. Ja, jetzt aber, was? Da, Techtelmechtel im Schrank. Okay. Okay. Wir schlafen, haben es geschafft, eine erste Frau hier kokett anzumachen. Wenn nicht bei einem Tag euch das gefallen hat, dann machen wir das gerne nochmal. Lasst es uns wissen. Ich und Pussy warten auf euch. Haut rein, ihr Gernschnittchen. Tschüss. 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 Tschüss.